Zwischen Moskau und Yekaterinburg Jakobs Zug fuhr ratternd durch die Nacht. Der Wagen schaukelte von einer Seite auf die andere, während Jakob versuchte, sich ein Glas Wodka einzugießen. Er steckte den Korken wieder in die Flasche und starrte auf sein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Seine Augen lagen in dunklen Höhlen und er sah furchtbar abgespannt aus. Er konnte sich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten. Kochend vor Wut hob Jakob das Glas, um einen Schluck zu trinken. Doch als es seine Lippen berührte, änderte er seine Meinung und schmetterte es an die Wand. Es zerbrach. In diesem Augenblick klopfte Soba an die Tür und trat ein. »Du siehst nicht glücklich aus«, sagte er. »Kein Wunder, oder? Er ist uns abermals entwischt. Diesmal wird Lenin keine Gnade walten lassen.« »Wir können diese Sache noch immer zu Ende bringen, Leonid. Hast du das Telegramm verschickt?« Jakob nickte und rieb sich die Augen. »Jeder Stationsvorsteher von hier bis Jekaterinburg weiß, dass die Strecke frei sein muss oder er Gefahr läuft, erschossen zu werden. Wenn wir Glück haben, sind wir heute Nachmittag am Ziel. Sieh mal nach unseren Gefangenen und überzeug dich davon, dass alles in Ordnung ist.« Soba blieb an der Tür stehen und musterte Jakob, der vollkommen erschöpft war. »Darf ich dir einen gut gemeinten Rat geben? Du hast seit zwei Tagen kaum geschlafen. Leg dich hin, sonst brichst du zusammen.« Als Soba die Tür des Waggons hinter sich schloss, knöpfte Jakob auf dem Weg in das Schlafabteil seinen Waffenrock auf. Ihm fielen vor Müdigkeit fast die Augen zu. Er betrat den kleinen Raum mit dem Feldbett, dann hörte er das leise Klicken einer Waffe, die gespannt wurde. Sein Herzschlag setzte aus. »Keine Bewegung.« »Und keinen Ton, Leonid.« Andreef trat mit der Waffe in der Hand hinter der Tür hervor. »Nimm ihm die Pistole ab und fessele ihn.« Die Frau tauchte auf und zog die Waffe aus Jakobs Holster. Dann fesselte sie ihm die Hände mit einem Ledergürtel im Rücken und stieß ihn auf den Stuhl neben dem Bett. Andreef band ihn mit dem Betttuch am Stuhl fest. »Du bist ein toter Mann!« stieß Jakob aufgebracht aus. »Das muss dir doch klar sein, oder?« »Irgendwann erwischt es uns alle. Aber ein bisschen Dankbarkeit wäre schon angebracht, wenn man bedenkt, dass ich dich nicht sofort töte.« »Wie du Mersk getötet hast?« »Er hat es verdient. Mersk hat Stanislav kaltblütig ermordet. Er hat dafür bezahlt.« »Warum glaube ich dir das nicht?« »Weil das immer dein Problem war, Leonid. Du glaubst nur das, was du glauben willst.« »Ich weiß, was du vorhast, aber es wird nicht funktionieren. Du hast nicht die geringste Chance.« Andreef runzelte die Stirn. »Unterschätze mich nicht.« »Wo sind Nina und Sergei?« »In Sicherheit. Es geht ihnen gut. Ob es so bleibt, hängt von dir ab.« Die Wut luderte in Andreef auf und seine Mine verdunkelte sich. »Ach ja? Wenn du ihnen auch nur ein Haar krümmst, reiße ich dir mit bloßen Händen das Herz aus der Brust. Nicht ich gebe die Befehle, sondern lehne ihn. Und du befolgst sie blind, sogar wenn es bedeutet, Frauen und Kindern Leid zuzufügen? Ich würde Nina und Sergei niemals absichtlich wehtun. Warum fällt es mir plötzlich schwer, dir das zu glauben?« Mit zusammengekniffenem Mund überprüfte Andreef den Streckenplan der Transsibirischen Eisenbahn. »Das ist wirklich eine tolle Maschine, die du da hast. Aber bei so einem Teufelsding kann immer mal etwas schiefgehen, nicht wahr?« »Was führst du im Schilde?« fragte Jakob grimmig. »Du spielst mit dem Feuer. Der ganze Zug ist voller Soldaten.« Andreef steckte den Plan in seine Tasche. »Das wirst du gleich erfahren.« »Ich komme wieder. Wir beide sind noch nicht fertig miteinander.« Er öffnete die Tür auf der anderen Seite der Schlafkabine. Das ohrenbetäubende Rattern der Metallräder hallte durch das Abteil. Dahinter war der Kohlenwagen. Weißer Rauch schwebte über der Lokomotive. Der Geruch und die Hitze von brennender Kohle lagen in der Luft. Andreef ging auf den angrenzenden Wagen zu. »Wenn er versucht zu fliehen, erschieß ihn,« befahl er Lydia und wandte sich dann Jakob zu. »Sie ist eine ausgezeichnete Schützin. Tu dir selbst einen Gefallen und benimm dich, Leonid.« Sieben Wagen weiter stand Soba vor einem Abteil. Zwei Wachen traten zur Seite, um ihn nicht zu stören. Er spähte durch das Fenster in das Innere und sah, dass eine Petroleumlampe brannte. Nina saß auf dem unteren Bett neben dem Fenster und hielt ihren Sohn auf dem Arm, während der Arzt Sergejs Brust mit einem Stethoskop untersuchte. Immer wieder hustete der Junge schwer, und seine Mutter sah ungeheuer besorgt aus. Als der Arzt seine Untersuchung abgeschlossen hatte, sprach er kurz mit Nina und trat dann auf den Gang. Die junge Frau blieb zurück und wiegte ihr Kind in den Armen. Soba legte eine Hand auf den Arm des Arztes, als er die Tür zuschob. »Keine Veränderungen?« Der Arzt war ein spindeldürrer, nervöser Mann, der ständig blinzelte. Er steckte das Stethoskop in die Tasche und führte Soba den Gang hinunter. »Ich rechne mit dem Schlimmsten. Der Junge hat hohes Fieber, seine Lungen sind verstopft. Wenn Sie mich fragen, ist es Tuberkulose. Ich bin sicher, er leidet schon eine Weile daran.« »Können wir irgendetwas tun?« »Eine Reise in ein schönes Schweizer Sanatorium würde ihm helfen.« »Sehr geistreich.« »Es wäre wirklich nicht schlecht. Auf jeden Fall muss der Junge in ein Krankenhaus.« Der Arzt zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche, zündete einer an und blies den Rauch aus. »Ich sage Jakob immer wieder, dass ich meinen rechten Arm hergeben würde, um dieses Land zu verlassen. Hier gibt es nichts außer Krankheiten und Hoffnungslosigkeit.« Soba reckte den Hals und warf einen Blick in das Obteil. Nina saß neben der Petroleumlampe und tupfte die Stirn ihres Sohnes mit einem Tuch ab. Der Arzt folgte Sobas Blick und schüttelte dann den Kopf. »Es ist ein Jammer, nicht wahr? Wie lange dauert es noch, bis wir Jekaterinburg erreichen?« »Warum?« »Wenn sich die Fahrt verzögert, fürchte ich um das Leben des Kindes«. Zwischen Moskau und Jekaterinburg. Andreev kletterte über den Kohlenwagen auf die Lokomotive und bemühte sich, dem heißen Rauch über seinem Kopf auszuweichen. Der Lokführer und sein junger Heizer wandten ihm den Rücken zu und schaufelten eifrig Kohlen in das Feuerloch. »Machen Sie die Klappe zu, meine Herren, und lassen Sie die Schaufeln fallen,« sagte Andreev mit lauter Stimme, um den Lärm zu übertönen, als er in den Führerstand kletterte. »Sonst könnte es passieren, dass ich Ihnen eine Kugel verpasse.« Als die Männer die Waffe in Andreevs Hand sahen, schraken sie zusammen. Sie schlossen die Klappe mit den Schaufeln und warfen sie in die Blechwanne auf dem Boden. »Gut, seien Sie vernünftig, und wir werden diese Sache alle überleben.« Andreev wies mit der Waffe auf eine Reihe von Kesseldruckanzeigen und Ventilen. »Zuerst zeigen Sie mir, wie dieses Ding funktioniert, und dann machen Sie genau das, was ich sage.« Jakob, der in seinem Schlafabteil auf dem Stuhl saß, starrte Lydia mit hochroten Wangen an. Er sah aus, als würde er gleich einen Anfall bekommen. »Wer sind Sie?« fragte er Lydia. »Warum sollte ich das ausgerechnet Ihnen sagen?« »Hören Sie zu. Das alles wird nur dazu führen, dass Sie am Ende beide tot sind. Warum retten Sie nicht Ihre eigene Haut? Sie haben mein Wort, dass Sie verschont werden.« »Wenn Ihnen Ihre Kniescheiben lieb sind, sollten Sie besser den Mund halten.« Die Tür neben dem Kohlenwagen ging auf, und Andreev kehrte zurück. In seinen schwarzen Händen hielt er einen Vorschlaghammer und eine lange, dicke Stahlstange. Der Heizer war bei ihm, ein nervöser, dürrer junger Mann mit kohlrabenschwarzem Gesicht und rußgeschwärzter Kleidung. »Das ist Pavel, der Sohn des Lokführers. Er ist jetzt mein Gehilfe.« Pavel zitterte und krallte sich an seinem Hut fest, den er in den zitternden Händen hielt. »Er hat gedroht, mich und meinen Vater zu töten, Kommissar. Wir hatten keine andere Wahl.« »Was hast du vor, Andreev?« stieß Jakob wütend aus. Andreev hielt den Streckenplan der Transsibirischen Eisenbahn hoch. »Hast du eine Ahnung, wo wir sind?« »Ungefähr fünf Kilometer vom Mjensky-Tunnel entfernt.« »Kurz bevor der Zug in den Tunnel einfährt, treffen mehrere Gleise aufeinander. Ein parallel verlaufendes Nebengleis zweigt nach circa zwei Kilometern zu einem Minendepot ab. Eine günstige Gelegenheit, um uns zu verabschieden.« Jakob erstarrte, als er plötzlich begriff, was Andreev vorhatte. Der Zug verlangsamte das Tempo. Andreev nickte dem Heizer zu. »Sagen Sie es ihm, Pavel.« Der junge Mann fuhr sich ängstlich mit der Zunge über die Lippen und wies mit dem Kopf auf das Ende des Wagens. »Er hat mir befohlen, den Rest des Zuges von der Lokomotive und ihrem Wagen abzukoppeln.« »Wir schieben die anderen Wagen auf ein Nebengleis,« erklärte Andreev. »Es ist etwas abschüssig, sodass die Wagen eine Weile weiterrollen werden. Mit etwas Glück sitzt ihr da fest, während wir weiterfahren.« Jakob war außer sich vor Wut und versuchte verzweifelt, sich von den Fesseln zu befreien. »Nein, das kannst du nicht machen. Du weißt nicht, was du tust.« Andreev nahm ein Handtuch vom Waschbecken, legte eine Hand auf Jakobs Schulter und drückte ihn beruhigend auf den Stuhl zurück. »Ach ja?« »Du verstehst nicht.« Andreev stopfte Jakob das zusammengeknüllte Handtuch in den Mund und band es in seinem Nacken fest, während dieser noch immer wild herumzappelte und schrie, doch der Knebel erstickte seinen Protest. »Ich verstehe alles, was ich verstehen muss, Leonid, und jetzt habe ich genug gehört.« Dann drehte er sich zu Lydia um. »Es gelten dieselben Regeln. Wenn er versucht zu fliehen, erschieß ihn.« Die Druckluftbremsen der Lokomotive zischten. Mittlerweile fuhr der Zug nur noch im Schritttempo. Andreev richtete seine Waffe wieder auf Pavel. »Gut, bringen wir es hinter uns. Nehmen Sie den Vorschlaghammer und die Stahlstange mit.« Der Heizer hob die beiden Gegenstände vom Boden hoch und ging auf die Tür zu. Andreev folgte ihm mit der Waffe im Anschlag. Der junge Mann öffnete die Tür zum Übergang am Ende des Wagens. Es war niemand zu sehen. »An die Arbeit!« befahl Andreev. Pavel benutzte die Stahlstange als Brecheisen und stemmte den Sicherheitsriegel auf. Anschließend schlug er mit dem Vorschlaghammer die Kette vom Haken, welche die Wagen miteinander verbannt. Das lose Ende der Kette fiel klirrend auf die Schwellen. Die Lokomotive und Jakobs Wagen fuhren weiter, während der Rest des Zuges zurückblieb. »Gleich kommen die Weichen!« sagte Pavel, lehnte sich ein wenig über die Absperrung aus Metall und sah auf die Strecke. Andreev nahm ihm die Stahlstange aus der Hand und zeigte auf die Stufen, die nach unten führten. »Laufen Sie los! Ich bin genau hinter Ihnen!« Pavel sprang aus dem Wagen und rannte an der langsam fahrenden Lokomotive vorbei. Andreev folgte ihm zu den Weichen. Mit Pavels Hilfe steckte er die Stange in den Stellbock. Als die Lokomotive mit dem Wagen an ihnen vorbeigefahren war, stellten sie die Weiche. Andreev zog die Stange wieder heraus, dann jagten sie hinter Jakobs Wagen her und kletterten wieder hinein. Die anderen Wagen rollten auf das Nebengleis. Wie Andreev vorhergesagt hatte, erhöhte sich auf der abschüssigen Strecke die Geschwindigkeit des führerlosen Zugs. Einige Soldaten blickten irritiert aus den Fenstern. Sie kratzten sich am Kopf und fragten sich gerade, was das zu bedeuten hatte, als sie die Lokomotive und einen Wagen auf dem anderen Gleis fahren sahen. »Jeden Moment wird einer begreifen, was los ist, und das Feuer eröffnen. Schließ sicherheitshalber die Fensterläden,« sagte Andreev zu Lydia. Lydia schlug die stählernen Fensterläden zu. Jakob zappelte wild auf dem Stuhl herum. Seine Augen traten hervor, und sein Gesicht war rot, als hätte er einen epileptischen Anfall. »Hier trennen sich unsere Wege, Leonid.« Nina bangte um ihren Sohn. Er atmete flach, seine Stimme war nicht mehr als ein Krächzen, und sein Husten wurde von Minute zu Minute schlimmer. Krank vor Sorge tupfte Nina Sergei den Schweiß von der Stirn. »Mama, es tut so weh.« »Ich weiß, mein Schatz. Wir bringen dich in ein Krankenhaus.« »Es tut ganz schlimm weh, Mama.« Sergei wurde wieder von einem furchtbaren Reizhusten gequält, der seinen ganzen Körper erzittern ließ. Für Nina war es unerträglich, ihren Sohn so leiden zu sehen. Mit einer Hand umklammerte sie Sergeis leblose Finger, und mit der anderen wusch sie in einer Schüssel mit kaltem Wasser ein Tuch aus, das sie auf seine fiebrige Stirn legte. »Alles wird gut, mein Schatz. Mama ist bei dir. Versuch zu schlafen, Sergei. Versuch zu...« Für den Bruchteil einer Sekunde zog eine unerwartete Bewegung hinter dem Fenster Ninas Aufmerksamkeit auf sich, als ein Zug langsam an ihrem Wagen vorbei auf ein Nebengleis fuhr. Sie wunderte sich darüber, achtete aber nicht weiter darauf, denn in diesem Augenblick bekam Sergei einen heftigen Hustenanfall. Nina sah zu ihrem Entsetzen, dass er Blut spuckte. Sie unterdrückte einen Schrei und presste eine Hand auf ihren Mund, um ihren Sohn nicht zu erschrecken. Doch dann sprang sie auf. Als sie von Panik erfasst die Tür aufriss, lief der Wachposten sofort auf sie zu und sah sie fragend an. »Holen Sie den Arzt, bitte. Mein Sohn braucht dringend Hilfe.« Jakob war noch immer an den Stuhl gefesselt. Andréf trat hinter ihn, packte die Stuhllehne und schleifte ihn durch das Schlafabteil in den luxuriösen Teil des Wagens. An der Waggontür blieb er stehen. »Auf Wiedersehen, Leonid.« Die Adern an Jakobs Hals traten hervor, als er wild zappelnd unverständliche Worte in den Knebel murmelte. Andréf löste den Knoten des Betttuchs, mit dem Jakob an den Stuhl gefesselt war, und warf es auf den Boden. Den Knebel und die Handfesseln entfernte er jedoch nicht. Er zog die Pistole, riss Jakob hoch, drehte ihn zur Tür und öffnete sie. Unter den Metallstufen rasten die Gleise vorbei. »Gleich kommt der Tunnel. Der Weg dich!« Andréf packte Jakob am Kragen. »Geh langsam rückwärts die Treppe hinunter, sonst verlierst du ein Bein, wenn du springst.« Jakob bewegte sich nicht. Der Zug mit seinen Soldaten fuhr im Schritttempo über das Nebengleis. Einige Männer spähten neugierig aus den Fenstern, andere stellten sich draußen auf die Stufen. Sie hielten ihre Gewehre unschlüssig in den Händen und wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Ungläubig starrten sie auf die Lokomotive, den Kohlenwagen und Jakobs Waggon, die ohne sie weiterfuhren. »Spring, ehe ich meine Meinung ändere!« rief Andréf. Die Lokomotive bebte und erhöhte ihre Geschwindigkeit. Mit vorgehaltener Waffe zwang Andréf Jakob, die Stufen rückwärts hinunterzusteigen. Unter ihnen donnerten die Räder des Zugs über die Gleise. »Spring jetzt, ehe es zu spät ist!« Andréf versetzte ihm einen Tritt mit dem Stiefel, doch sogar mit gefesselten Händen gelang es Jakob, sich festzuklammern. Der Knebel erstickte seine verzweifelten Rufe. Der Zug wurde noch schneller und nahm nun richtig Fahrt auf. Jakob verlor das Gleichgewicht und stürzte rückwärts in die Dunkelheit. Fast im selben Augenblick begriffen Jakobs Männer, was passiert war, und feuerten wütende Schüsse auf den Zug ab. Andréf war gezwungen, in den Wagen zurückzutreten. »Köpfer runter!« schrie er Lydia und Pavel zu, als der Wagen von dem heftigen Kugelhagel getroffen wurde. Dann fuhr die Lokomotive in den Tunnel und wurde von der Dunkelheit verschluckt. Jakob rollte über die Gleise, bis er gegen das harte Holz einer Eisenbahnschwelle stieß. Er stöhnte und rang nach Luft. Mühsam kam er auf die Beine, krümmte sich aber sofort, als er von einem Hustenanfall geschüttelt wurde und ihm Galle in der Kehle hochstieg. Angeführt von Soba rannte eine Handvoll seiner Männer mit Sturmlampen auf ihn zu. Einer von ihnen riss Jakob den Knebel aus dem Mund und löste die Fesseln von seinen Händen. Jakob keuchte vor Wut. »Andréf hat uns wieder hereingelegt. Er hat unsere Wagen auf ein Nebengleis rangiert. Dieser verdammte Dummkopf, wie geht es seinem Jungen?« Soba hob seine Lampe. »Es ist zu spät, Leonid«, sagte er mit grimmiger Miene. Siebter Teil Jekaterinburg »Sie sind verrückt! Ich sag's Ihnen! Am Ende werden wir beide noch erschossen!« Markhoff ließ die Zügel schnalzen, woraufhin die Pferde in Richtung Wunskaja-Straße trabten. »Hören Sie mir überhaupt zu?« Boyle saß neben ihm auf dem Kutschbock. Er trug einen dunklen Anzug mit Kragen und Krawatte. »Natürlich! Aber ich bin nicht verrückt, sondern verzweifelt. An der nächsten Biegung links, nicht wahr?« Markhoff seufzte unglücklich und bog links ab. Sie gelangten zum Stadtteich und fuhren unter einem Torbogen hindurch. Drei Rotarmisten bewachten die massive Eisentür. »Sehen Sie? Es ist genau so, wie ich gesagt habe. Alle Tunneleingänge werden bewacht!« stieß Markhoff mit finsterer Miene aus, nachdem sie an den Wachen vorbeigefahren waren. Ein paar Minuten später sahen sie noch mehr Soldaten vor einem gepflegten Haus mit Stuckfassade und Union Jack, der an einem Fahnenmast im oberen Stock flatterte. »Das britische Konsulat!«, erklärte Markhoff. »Im Garten ist auch ein Eingang zum Tunnel.« »Ich habe genug gesehen!«, erwiderte Boyle verärgert. »Fahren Sie zum Hotel!« Fünf Minuten später trabten die Pferde am Amerika-Hotel vorbei, vor dem ebenfalls Soldaten standen. Vier waren mit Gewehren mit aufgesteckten Bayonetten bewaffnet, ein anderer saß hinter einem Wickers-Maschinengewehr, das durch einen Berg von Sandsäcken geschützt war. An beiden Straßenecken patrouillierten Wachen. Mehrere Autos und Lastwagen parkten vor dem Hotel. Ein Opel mit offenem Verdeck überholte sie. Vor dem Hotelleingang trat der Fahrer auf die Bremse. Zwei Schläger in Lederjacken zerrten einen jungen Mann mit ängstlicher Miene aus dem hinteren Teil des Wagens und zogen ihn die Stufen zum Eingang hinauf. »Sie werfen den armen Teufel zweifellos in eine Zelle«, sagte Markhoff. Der Leichenbestatter wandte sich wieder Boyle zu. »Sie müssen verrückt sein, wenn Sie diese Höhle des Löwen betreten wollen. Ich hätte nicht die Nerven dazu.« »Fahren Sie um die Ecke. Ich will mir den Hintereingang ansehen.« Markhoff folgte der Anweisung und trieb die Pferde mit der Peitsche an. Boyle sah, dass alle Fenster im Untergeschoss mit dicken Eisenstangen gesichert waren. »Die Zellen?« fragte er. »Ja«, erwiderte Markhoff. »Fahren Sie zum Fluss.« Markhoff lenkte den Pferdewagen in die gewünschte Richtung und wenige Minuten später hielten sie am Wasser an. »Wir sind da!« Boyle nahm ein Notizheft und einen Stift aus der Tasche. Er schrieb auf, was er herausgefunden hatte und fertigte ein paar Skizzen an. Als er fertig war, massierte er sich die Stirn mit Daumen und Zeigefinger. »Unmöglich?« fragte Markhoff. »Es gibt immer eine Schwachstelle. Es gibt jedoch ein ernstes Problem, wenn ich versuche, das Hotel zu betreten.« »Und welches?« Boyle lächelte gequält. »Ich verstehe etwas Russisch, aber ich spreche es nicht besonders gut.« Entmutigt warf Markhoff die Zügel aus der Hand. »Wunderbar! Und jetzt?« Zwischen Moskau und Yekaterinburg. Der Zug fuhr ratternd durch die Nacht. Lydia klappte einen der stählernen Fensterläden auf, um frische Luft hereinzulassen. In der mondhellen Nacht zogen die riesigen Wälder an ihnen vorüber. Sie drehte sich zu Andréf um. »Ich weiß, dass es dich fast umbringt, aber du brauchst keine Schuldgefühle zu haben.« Juri Andréf saß hinter Jakovs Schreibtisch und hatte das Gesicht in den Händen vergraben. »Darum geht es nicht«, erwiderte er niedergeschlagen. »Es ist dennoch meine Schuld. Es war ein Fehler, nach Russland zurückzukehren, das begreife ich nun. Wenn ich wenigstens Nina und Sergej in Ruhe gelassen hätte, wäre ihnen nichts zugestoßen. Ich hätte sie beschützen müssen.« Lydia ging zu ihm und legte die Hände auf seine Schultern. »Mach dir keine Vorwürfe, Juri. Jakov hat gesagt, dass er ihnen nichts antut. Ich bin mir nicht sicher, wozu er fähig ist. Jedenfalls steht fest, dass er Nina und Sergej als Druckmittel einsetzen wird.« Lydia musterte ihn. Seine quälenden Sorgen und die Erschöpfung setzten ihm arg zu. Er stand kurz vor einem Zusammenbruch. »Wir haben seit zwei Tagen nicht geschlafen. Du musst dich ausruhen, Juri.« Er stand auf und nahm den Streckenplan in die Hand. »Ich kann jetzt nicht schlafen. Hol Pavel her.« »Versprichst du mir dann, etwas zu schlafen?« »Ja, aber zuerst muss ich mit Pavel sprechen.« Lydia ging in das Schlafabteil und kehrte mit dem jungen Heizer zurück. »Sind Sie und Ihr Vater Bolschewisten?« fragte Andreef gerade heraus. »Nein, Herr,« erwiderte der junge Mann nervös. »Wir haben bei der Eisenbahn gearbeitet. Kommissar Jakov hat uns für seinen Zug abkommandiert.« Andreef winkte ihn zu sich heran. »Kommen Sie mit,« sagte er, und fügte an Lydia Gewand hinzu. »Warte hier. Ich komme gleich zurück.« Sie umfasste seinen Arm. »Was hast du vor?« Er nahm Mersks Peitsche mit. »Jakov hat angeordnet, dass die Strecke bis Jekaterinburg frei sein muss. Ich sorge dafür, dass er den Befehl nicht rückgängig machen kann, um uns aufzuhalten.« Gefolgt von Pavel kletterte Andreef über den Kohlenwagen in das Führerhaus der Lokomotive. Der Vater des jungen Mannes schaufelte eifrig Kohlen in das Feuerloch. Er war erleichtert, als er seinen Sohn sah. »Hören Sie,« sagte Andreef zu ihm, »Sie haben beide mein Wort, das Ihnen nichts zustößt, solange Sie tun, was ich sage. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Zug fährt, bis wir in der Nähe von Jekaterinburg sind. Schaffen Sie das?« Der Lokführer nickte. »Wir haben genug Kohle geladen, das ist kein Problem. Es hängt nur davon ab, ob die Strecke frei ist.« »Und wie lange dauert unsere Reise noch, wenn sie frei ist?« »Vielleicht acht Stunden.« Andreef zeigte auf den Streckenplan. »Ich lasse Sie beide in einer Stadt circa 80 Kilometer von Jekaterinburg entfernt aus dem Zug. Sagen Sie, ich hätte Sie aus dem Zug geworfen. Dann bekommen Sie keine Schwierigkeiten.« Er starrte auf die Telegrafenmasten, die in der Dämmerung an Ihnen vorbeirasten. »Jetzt seien Sie so nett und halten Sie den Zug an.« »Warum?« »Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen.« Der Lokführer zog einen dicken Lederhandschuh an und regulierte einige Ventile und Schalter an der Kesselrückwand. Anschließend betätigte er behutsam die Druckluftbremsen. Dampf zischte, und die Lokomotive verlangsamte ihr Tempo, bis sie inmitten einer dicken Dampfwolke stehen blieb. Andreef kletterte auf den Kohlenwagen. Von dort aus konnte er die Telegrafenleitung erreichen, die neben den Gleisen entlang führte. Er rollte die Peitsche ab und schlang sie um die Leitung. Dann zog er fest daran und band den Griff der Peitsche an eine Metallstange auf dem Kohlenwagen. »Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie langsam weiter,« sagte er zu dem Lokführer. Der Mann setzte den Zug langsam in Bewegung. Die Peitsche spannte sich und zog an der Telegrafenleitung, bis schließlich ein lauter Knall ertönte und die Leitung zerriss. Beide Enden flogen durch die Luft, ehe ein Ende auf dem Kohlenwagen landete. Andreef nahm die Leitung in die Hand und befestigte sie an einem Handlauf an der Lokomotive. »Fahren Sie schneller,« befahl er dem Lokführer. Der Zug nahm Geschwindigkeit auf. Andreef sah zu, wie die Leitungen nacheinander von den einzelnen Masken gerissen wurden. Lydia goss Wasser aus einem Krug in das Waschbecken im Schlafabteil. Andreef stand mit freiem Oberkörper davor und wusch sich die schwarzen Hände und sein Gesicht mit Seife. »So schnell kann Jakob den Schaden nicht beheben.« »Wo ist Pavel?« »Bei seinem Vater. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen uns nur im Notfall stören. Wir schlafen abwechselnd, aber halt die Waffe immer griffbereit.« Lydia reichte ihm ein Handtuch. »Glaubst du, Sie sorgen dafür, dass die Lokomotive nicht stehen bleibt?« Andreef trocknete sich ab. »Was bleibt Ihnen anderes übrig?« »Hier ist weit und breit kein Ort. Im Augenblick ist es hier bei uns für Sie am sichersten, jedenfalls bis wir in der Nähe von Jekaterinburg sind. Es sei denn, Ihnen steht der Sinn danach, sich durch die Wälder zu schlagen, wo sich Banditen und Wölfe herumtreiben.« Lydia blickte Andreef ins Gesicht. Die Ringe unter seinen Augen waren noch dunkler geworden. Er sah furchtbar erschöpft aus. »Versprich mir, dass du versuchst zu schlafen. Jeder zwei Stunden. Du zuerst. Ich halte Wache. Wenn du meinst, du hältst durch, es wird schon gehen. Du hältst nicht mehr lange durch, Juri.« Andreef zog Stiefel und Hose aus und ließ sich auf das Feldbett fallen. Dann legte er den Kopf aufs Kissen und versuchte, sich zu entspannen. »Weg mich, wenn du mich brauchst.« »Kein Wort mehr.« Lydia setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett und legte einen Finger auf seine Lippen. »Schlaf jetzt, Juri.« Er drehte sich zur Wand um und schob eine Hand unter den Kopf. Lydia strich ihm über den Rücken, massierte seine Schultern und spürte die Verspannungen in den harten Muskeln. »Wenn ich als kleines Kind in der Dunkelheit Angst hatte, kam meine Mutter in mein Zimmer und rieb mir den Rücken.« Sie sagte immer, »wir brauchen die Berührung eines anderen Menschen, um uns zu entspannen.« »Woran denkst du?« »Dass ich mir genau in dieser Minute wünsche, ich könnte die Augen schließen und alles wäre vorbei, und ich könnte eine Woche schlafen.« »Das Gefühl kenne ich,« sagte Lydia. »Man möchte die Welt ausblenden und warten, bis die Dunkelheit vorübergeht. Aber wenn man die Augen wieder öffnet, sieht man, dass sich nichts verändert hat. Es ändert sich nie etwas.« Lydia bemerkte, dass Andreefs Finger sich unablässig bewegten. Offenbar fand er keine Ruhe. »Woran denkst du noch?« »An Nina und Sergej und an unsere letzte Begegnung. Nina holte die Wäsche von der Leine, und Sergej klammerte sich an ihren Rock. Es brach mir das Herz, dass ich nichts tun konnte, um meinen Sohn zu trösten. Ich fühlte mich so hilflos.« Als Lydia aufhörte, Andreefs Rücken zu massieren, drehte er sich zu ihr um. Seine Augen spiegelten Kummer und Leid wieder. Doch sie erkannte noch etwas anderes, eine Art Sehnsucht, die sie nur allzu gut verstand. Es war keine sexuelle Begierde, sondern etwas viel Dringlicheres, das übermächtige Bedürfnis, sich mit einem anderen Menschen zu vereinen. Und es bedurfte keiner Worte, denn Lydia wusste, dass er ebenso verletzbar war wie sie. Sie zog ihn zu sich heran, schlang die Arme um seinen Nacken und küsste ihn, zuerst verhalten und dann immer leidenschaftlicher, während er sich verzweifelt an sie klammerte. Kurz vor Yekaterinburg Als Andreef aufwachte, zuckte er zusammen und stieß einen Schrei aus. »Ist alles in Ordnung?« fragte Lydia, die mit dem Kopf auf seiner Schulter gelegen hatte. »Ich habe nur schlecht geträumt. Das ist alles.« Andreef rieb sich die Augen und sah auf die Taschenuhr in seiner Jacke neben dem Bett. Es waren fast vier Stunden vergangen. Er war furchtbar erschöpft gewesen. Die Sonne schien und ein paar Strahlen drangen zwischen den Fensterläden hindurch. »Habe ich mich jetzt zum Narren gemacht?« fragte Lydia verschlafen. »Wenn du es getan hast, dann sind wir schon zu zweit.« Er strich ihr zärtlich übers Gesicht. »Wie fühlst du dich?« Lydia richtete sich auf und errötete. »Ich weiß nicht. Was zwischen uns geschehen ist, hat mich zum Nachdenken gebracht.« »Worüber?« »Ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn wir uns früher getroffen hätten.« Andreef sah ihr in die Augen. »Früher als jetzt?« »Ich glaube, man wird nur verrückt, wenn man darüber nachdenkt.« Lydia wechselte das Thema. »Meinst du, Jakob hat hier irgendwo Tee für diesen Samovar?« »Ich schau mal nach.« Andreef stieg aus dem Bett und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Doch er wusste im ersten Augenblick nicht, was es war. »Was ist los?« fragte Lydia beunruhigt. Plötzlich wurde Andreef bewusst, dass der Zug fast unmerklich das Tempo drosselte. »Die Lokomotive fährt langsamer. Zieh die schnell an. Das sieht nach Ärger aus.« Sie zogen sich beide hastig an und dann griff Andreef nach seinem Revolver und ging auf die Tür zu, die zur Lokomotive führte. »Warte!« rief Lydia. »Ich komme mit!« Andreef kletterte über den Kohlenwagen. Lydia folgte ihm. Ringsherum lagen undurchdringliche Wälder, die sich bis an den Horizont erstreckten. Der Ural, der an einigen Stellen mit Schnee bedeckt war, überragte sie majestätisch. Andreef glaubte, hinter den Bäumen ein paar verstreut liegende Holzhäuser zu erkennen, die Umrisse eines kleinen Dorfes. Als sie die Lokomotive erreichten, stellten sie fest, dass der Lokführer und sein Sohn verschwunden waren. Andreef schlug frustriert mit der Hand gegen die Kesselwand. »Das hat uns gerade noch gefehlt. Die Dummköpfe müssen die Geschwindigkeit gedrosselt haben und vom Zug gesprungen sein,« rief er frustriert und überprüfte die Kesseldruckanzeige. »Der Druck sinkt. Wer weiß, wie lange sie schon weg sind. Wenn wir nichts unternehmen, bleibt die Lokomotive gleich stehen.« Der dicke Lederhandschuh des Lokführers lag auf dem Boden. Andreef zog ihn an und riss die Feuertür auf. Die Hitze schlug ihm entgegen. Auf dem Feuerrost lag ein Haufen weiß-gelb und blutrot glühender Kohlen. »Ich fürchte, da kommt eine Mordsarbeit auf uns zu.« Andreef nahm zwei Schaufeln von einem Gestell hinter sich, drückte Lydia eine in die Hand und begann, Kohlen aus dem Becken in das Feuerloch zu schaufeln. »Beeilung! Wir müssen unbedingt den Kessel aufheizen!« Als Andreef die Ventile reguliert hatte und die Lokomotive wieder Fahrt aufgenommen hatte, lief ihm der Schweiß übers Gesicht. Er wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn. Nachdem sie ganze dreißig Minuten lang Kohlen in das Feuerloch geschaufelt hatten, war der Kesseldruck wieder konstant. »Hast du eine Ahnung, wo wir sind?« keuchte Lydia. »Nicht die geringste.« Andreef betrachtete die schneebedeckten Berge des Urals, ehe er den Streckenplan aus der Tasche zog und einen Blick hineinwarf. »Ich schätze mal, dass wir mindestens noch drei oder vier Stunden von Jekaterinburg entfernt sind.« Eine Stunde später fuhren sie an einer kleinen Stadt vorbei. Auf dem Bahnsteig standen ein paar Bauern mit ausgemergelten Gesichtern. Dürre Kinder winkten ihnen von einer verlassenen Bahnhofsbaracke zu. Andreef suchte den Namen des Bahnhofs auf dem Streckenplan. »Wir kommen schneller voran, als ich dachte. Wenn es so bleibt, müssten wir in ein paar Stunden in Jekaterinburg ankommen.« »Und dann?« »Wir können unmöglich in den Bahnhof einfahren. Dort wimmelt es garantiert von Rotarmisten. Dem Plan nach müsste es circa acht Kilometer von Jekaterinburg entfernt ein Nebengleis geben. Wir arrangieren den Zug auf dieses Gleis und gehen zu Fuß weiter.« Andreef legte den Plan aus der Hand. »Wir sollten uns sauber machen. Du zuerst. Ich sorge inzwischen dafür, dass das Feuer brennt. Und sieh mal nach, ob du in dem Wagen etwas zu essen und saubere Kleidung findest. Wir können beides gut gebrauchen.« Zwei Stunden später fuhr der Zug durch ein breites Tal. In der Ferne sahen sie eine beeindruckende Ansammlung von Kuppeln und Kirchtürmen, dazwischen die hohen Schornsteine der Fabriken und Hüttenwerke. Das war die unverwechselbare Silhouette von Jekaterinburg, der Stadt, die im Schatten der schneebedeckten Gipfel des Urals lag. Andreef drosselte die Geschwindigkeit. Als sie sich dem Nebengleis näherten, fuhren sie nur noch im Schneckentempo, bevor die Lokomotive schließlich ganz stehen blieb. Andreef sprang auf den harten Boden und nahm die Eisenstange mit. Nachdem sie die Lokomotive auf das Nebengleis rangiert hatten, lief er zurück und stellte die Weichen wieder um. Dann kletterte er zu Lydia in den Zug. Sie fuhren auf dem Nebengleis etwa 500 Meter weit, bis sie inmitten einer russigen Dampfwolke anhielten. Andreef schaufelte noch immer Kohlen in das Feuerloch. »Wir haben doch angehalten. Warum hörst du nicht auf, Juri?« »Falls Jakov in Jekaterinburg mit einem Begrüßungskomitee auf uns wartet und wir überstürzt verschwinden müssen, möchte ich vorbereitet sein.« Als er genug Kohle nachgefüllt hatte, nahmen sie ihre Sachen und stiegen aus. Andreef spähte mit düsterem Blick auf die riesigen Wälder des Orals, die hinter ihnen lagen. »Du siehst nicht glücklich aus.« Lydia strich ihm über den Arm. »Dieser Albtraum von vorhin. Ich habe das furchtbare Gefühl, dass Nina und Sergej etwas Schreckliches zugestoßen ist.« »Du weißt ich hoffe, das ist alles.« Zwischen Moskau und Jekaterinburg »Wir sind fertig, Leonid. Wir haben ein Dutzend Bäume gefällt und die Gleise blockiert.« Jakov sah auf seine Taschenuhr und klappte dann wieder den vergoldeten Deckel zu. Es war zwei Uhr in der Nacht. »Und die Wachposten?« »Sie haben sich auf dem Hauptgleis in fünfhundert Metern Entfernung aufgestellt. Wenn ein Zug kommt, halten Sie ihn mit Laternen an. Die Gleise sind blockiert, darum kann kein Zug weiterfahren.« »Hoffentlich, sonst landen wir beide vor einem Erschießungskommando,« entgegnete Jakov mürrisch und warf einen Blick aus dem offenen Fenster. Es war eine milde, sibirische Nacht und es duftete nach Kiefern. Seine Männer hockten in kleinen Gruppen neben den Gleisen. Sie hatten Feuer angezündet, kochten Tee und aßen ihren Proviant, Zwieback und Pökelfleisch aus Dosen. »Was ist mit den Sperren?« »Ein halbes Dutzend Männer laufen in beide Richtungen der Strecke. Wir versuchen, die nächste Stadt zu erreichen und dort ein Telegrafenamt zu finden.« »Wie geht es ihr?« »Sie ist untröstlich. Der Arzt hat ihr etwas Äther gegeben, damit sie sich beruhigt. Er hat den Leichnam des Kindes in das nächste Abteil gelegt. Wir mussten ihn ihr förmlich entreißen. Sie klammerte sich an den Jungen, als hinge ihr Leben daran.« »Willst du mit ihr sprechen?« Jakov öffnete mit finsterer Miene die Tür. »Probieren kann ich es mal. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich der letzte Mensch bin, mit dem sie sprechen möchte.« Jakov ging in das Abteil, vor dem ein Wachposten stand. Der tote Junge lag auf dem unteren Bett und war mit einem abgenutzten Baumwolltuch zugedeckt. Jakov kniete sich hin und hob eine Ecke des Tuches an. Sergejs Augen waren geschlossen. Seine Lider waren beinahe durchsichtig. Jakov hatte im Krieg schon so viele Tote gesehen, dass er gegen den Anblick fast immun war. Doch der Verlust eines Kindes ging ihm immer nahe. Sein Magen verkrampfte sich, als er sich vorstellte, Katharina würde dort liegen. Ihm entfuhr ein lauter Seufzer, als er das Tuch sinken ließ. Dann stand Jakov auf, ging hinaus und schloss leise die Tür. Er klopfte, ehe er eintrat. Ihre Augen waren vom Weinen gerötet. Nina saß am Fenster und drückte ein Taschentuch auf ihren Mund. Sie weinte und heftiges Schluchzen ließ ihren Körper erzittern. Eine Petroleumlampe brannte. Im gelben Schimmer des Lichts sah Nina untröstlich aus. Sie sagte nichts, als Jakov das Abteil betrat, sondern starrte nur hinaus in die Dunkelheit. Jakov räusperte sich. Nina, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geh mir aus den Augen. Er berührte sie am Arm. Nein, bitte, hör mich an. Lass mich in Ruhe. Als sie aufstand, schossen ihr wieder Tränen in die Augen. Ich will dich nicht sehen. Ich will nicht, dass du hier bist. Jakov setzte sich seufzend auf das Feldbett und faltete die Hände. Nina, du musst mir zuhören. Es ist wichtig. Nichts ist wichtig. Jetzt ist nichts mehr wichtig. Ich will, dass du gehst, stieß sie aufgebracht aus. Sie funkelte ihn böse an, wandte den Blick dann ab und drückte sich das Taschentuch auf den Mund. Jakov schloss fest die Augen, öffnete sie wieder und berührte mit den gefalteten Händen seine Lippen. Das werde ich gleich tun. Ich verspreche es dir. Sobald ich dir gesagt habe, was ich dir sagen muss. Nina kehrte ihm immer noch den Rücken zu und schwieg. Zuerst musst du etwas wissen, begann Jakov. Es geht nicht nur um Stanislav. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich Juri zur Strecke bringen muss. Entweder er oder ich. Sein Leben oder meines und Katharinas. Das sind meine zwei Möglichkeiten. Nun drehte Nina sich mit feuchten Augen zu ihm um. Das ist die traurige Wahrheit, verstehst du? Ich darf nicht zulassen, dass Juri sein Ziel erreicht. Meine Vorgesetzten lassen nicht zu, dass ich versage. Warum überrascht mich das nicht? Die Leute, mit denen du dich eingelassen hast, sind skrupellose Bestien. Wenn Juri nicht zurückgekehrt wäre und sich nicht auf diese Sache eingelassen hätte, wärest du noch mit deinem Sohn in Moskau und Sergei würde vielleicht noch leben. In Ninas Blick lag nichts als Verachtung. Das sagst du, fuhr sie ihn wütend an. Der Mann, der vorhat, uns in ein Gefangenenlager zu bringen? Du tust mir leid, Leonid Jakov. Du und deines Gleichen. Ihr tut mir leid. Wie meinst du das? Du und deine bolschewistischen Freunde haben Sergei getötet. Ihr habt nur Elend und Tod über das Land gebracht. Jakov hielt ihren Blick stand, ohne etwas zu sagen. Sieh mich nicht so an, fuhr Nina fort. Ich habe keine Angst mehr, die Wahrheit zu sagen. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Wie sollte ich auch, nachdem ich Sergei verloren habe, wie soll ich jemals ohne ihn leben? Wie? Ihre Stimme war immer leiser geworden. Jetzt drang nur noch ein klägliches, ersticktes Flüstern aus ihrem Mund. Ein erneutes, lautes Schluchzen drang aus ihrer Kehle. Ihr gesamter Körper zitterte. Jakov befürchtete, sie würde jeden Moment zusammenbrechen. Er legte die Arme um ihre Schultern und zog sie an sich. Nina ließ es geschehen. Sie hatte das Bedürfnis, sich an irgendjemandem festhalten zu müssen. Doch als sie sich wieder gefangen hatte, wich sie von ihm ab und wischte sich die Tränen aus den Augen. Und weißt du, was ich noch erbärmlicher finde? Dein Hass auf Juri, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun, sondern nur mit Neid. Wie meinst du das? Jetzt platzte alles aus ihr heraus, was ich in ihr aufgestaut hatte. Du hast ihn dein ganzes Leben lang um alles beneidet, aber es niemals zugegeben. Du warst neidisch, weil er sich Respekt verdient hat, weil er ein ehrenwerter Mann war, zu dem andere aufschauten, und weil er so einen Vater hatte. Er hatte alles, wonach du dich gesehnt hast. Und sogar die Frau, die du nicht haben konntest. Das ist die wahre Quelle deines Hasses, nicht wahr, Leonid? Ist es nicht so? Du hast ihn einen Bruder genannt und ihn tief in deinem Inneren immer verachtet. Jakob schwieg. Nina starrte ihn an. Nun weiß ich, was es war, was ich damals, als wir uns vor all den Jahren zum ersten Mal sahen, gespürt und erst jetzt verstanden habe. Du warst immer empört und verärgert, weil du das Gefühl hattest, ungerecht behandelt zu werden, und das größtenteils von Leuten wie Juri und Angehörigen seiner Klasse. Du weißt nicht, was du da redest, flüsterte Jakob, der erblasst war in heiserem Ton. Ach nein, du hast Juri die Schuld für alles gegeben, weil du ihn vernichten wolltest. Du wirst mich niemals davon überzeugen, dass er unschuldig ist, erwiderte Jakob verbittert. Ich werde dir etwas sagen, stieß Nina in feindseligem Ton aus. Juri hat Stanislav genauso wenig getötet wie du. Aus den Augenwinkeln sah Jakob, dass draußen plötzlich hektisches Treiben herrschte. Seine Männer rannten die Gleise hinauf und hinunter, riefen sich gegenseitig Befehle zu und schwenkten ihre Sturmlampen. Jakob glaubte, das Pfeifen einer Lokomotive zu hören. Doch er ließ sich davon nicht ablenken. Du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst, entgegnete er mit festerer Stimme als zuvor. Du warst nicht dabei. Woher willst du es wissen? Ein Mann auf der Flucht ist zu allem fähig. Aber dazu nicht. Nicht dazu, einen Jungen kaltblütig zu ermorden. Soll ich dir sagen, warum? Weil in ihren Adern dasselbe Blut floss. Was soll das heißen? Als Juris Vater starb, saßen wir bis zu seinem Ende bei ihm am Bett. Juri und ich haben seine Beichte gehört. Sein trauriges, kleines Geheimnis. Wir mussten ihm beide versprechen, dass wir es niemals jemandem verraten würden. Vor allem dir nicht, weil es das ehrenvolle Andenken an deine Mutter verletzen könnte. Aber jetzt sage ich es dir. Ich weiß, er würde es verstehen. Denn jemand muss es dir sagen. Jemand muss dich zur Vernunft bringen. Wovon zum Teufel sprichst du? Es ist an der Zeit, dass du es erfährst, Leonid. Es ist Zeit, dass du die ganze Wahrheit erfährst. Als Boyle an diesem Nachmittag vom Anbau aus die Klosterkirche betrat, stand die Novizin von einer der Bänke auf. Sie trug ein Kopftuch und mit den dunklen Schatten unter den Augen sah sie unglaublich jung aus. Er wurde gesagt, dass ich sie hier treffe, Maria. Schwester Agnes kann nicht persönlich kommen. Sie wird im Operationssaal des Krankenhauses gebraucht. Ich soll ihnen etwas zeigen. Sie sprechen ausgezeichnet Englisch. Mein Vater ist Kaufmann. Ich hatte eine englische Gouvernante. Die Schritte der Novizin halten durch die Kapelle, als sie Boyle den Gang hinunter zum Eingang führte und ihm die Rückseite der Eichentür zeigte. Boyle entdeckte das mit Kreide gemalte Zeichen der Bruderschaft. Wie lange ist das schon da? Nicht länger als eine Stunde. Die Schwester hat gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht ist es eine Falle. Und ich soll ihnen das hier geben. Sie reichte ihm ein Stück Kreide. Boyle nahm es entgegen. In seinen Augen funkelte es verräterisch. Danke. Sie können gehen. Ich kümmere mich um alles Weitere. Boyle wartete, bis die Schritte der Novizin verhalten. Dann malte er eine spiegelverkehrte Swastika neben die andere und setzte sich auf eine Kirchenbank. Eine Hand steckte er in die Jackentasche und umklammerte damit den Griff seiner Coltpistole. Es dauerte nicht lange, bis er Schritte hörte. Eine Person trat durch die Tür. Dann folgte eine zweite. Durch die bunten Kirchenfenster drang helles Sonnenlicht. Im ersten Moment erkannte Boyle ihre Gesichter nicht. Als einer von den beiden die geöffnete Tür ein Stück von der Wand zog, um das geheime Zeichen dahinter zu suchen, erkannte er Andref und Lydia. Sie sahen furchtbar mitgenommen aus und trugen schäbige, rußgeschwärzte Kleidung. Boyle stand auf und ging auf sie zu. Endlich! Sie haben es geschafft! Sie ersparen uns die Formalitäten, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Boyle, sagte Andref. Wir sind hier, und wir sind froh, dass wir leben. Ist Ihnen niemand gefolgt? Nein, ich bin ganz sicher. Boyle, dessen Hand noch immer auf seiner Waffe lag, warf einen Blick durch die Tür. Als er sich überzeugt hatte, dass die Luft rein war, entspannte er sich. Ihrem Aussehen nach zu urteilen müssen Sie durch die Hölle gegangen sein. Sie können sich nicht vorstellen, was wir erlebt haben, Boyle, sagte Lydia müde. Er lächelte. Geht irgendetwas im Leben jemals glatt? Jetzt machen Sie sich erst einmal frisch und dann erzählen Sie mir alles. Sorg kam langsam zu Bewusstsein. Das intensive Aroma von Ammoniak stieg ihm in die Nase. Ihm war schrecklich übel und von dem beißenden Geruch schmerzte seine Lunge. Fast noch schlimmer war, dass sich sein Kinn anfühlte, als hätte jemand mit einem Hammer darauf herumgeschlagen. Kazan hatte ihm einen so kräftigen Schlag verpasst, dass er sofort ohnmächtig geworden war. Sorg blinzelte und sah sich um. Über seinem Kopf brannte ein helles Licht. Der grelle Schein zwang ihn, seine Augen mit der Hand abzuschirmen. Er lag auf einem Metalltisch in einem kleinen, stickigen Raum. Die Fenster waren vergittert und der Regen prasselte gegen die Glasscheibe. Kasan entdeckte er nirgendwo. Stattdessen beugte sich ein kleiner, unrasierter Mann, der nach kaltem Zigarettenrauch stank, über ihn. Die Ellbogen seiner Jacke waren notdürftig gepflegt. Er hielt ein braunes Fläschchen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit darin in der Hand. Sorg versuchte sich aufzurichten, doch ihm wurde augenblicklich schwindelig. »Wo bin ich?« Der Mann legte eine Hand auf Sorgs Brust und drückte ihn behutsam zurück auf den Tisch. »Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief und langsam ein und aus.« Er wird im Amerika-Hotel gefangen gehalten. Boyle markierte die Adresse mit einem Bleistift auf dem Stadtplan, der auf dem Tisch ausgebreitet war. Dort hat die JK ihr Hauptquartier eingerichtet. »Die Schwester hier meint, es wäre verrückt, wenn wir das Wagnis eingingen, uns Zugang zu verschaffen, aber uns rennt die Zeit davon. Wir sind in einer verzweifelten Lage. Die tschechoslowakischen Legionen sind nicht mehr weit von Jekaterinburg entfernt und die Stadt befindet sich in Aufruhr. Den Gerüchten nach haben die Roten vor, ihre Truppen in den nächsten Tagen zu verlegen.« Sie saßen in Markovs großer Leichenhalle mit den weißen Fliesen an den Wänden. Der stechende Geruch der Balsamierflüssigkeit hing in der Luft. In einer Ecke lagen mehrere in weiße Tücher gehüllte Leichname auf dem Boden. Insgesamt war es mindestens ein Dutzend toter Körper, und den Größen nach zu urteilen handelte es sich sowohl um Erwachsene als auch Jugendliche. An dem Tisch saßen Boyle, Schwester Agnes und Markov sowie Andreev und Lydia, die sich gewaschen und frische Kleidung angezogen hatten. »Ist das der Grund, warum Sie glauben, dass die Familie bald hingerichtet wird?« fragte Andreev. Boyle warf den Stift auf den Tisch. »Sagen Sie es ihm, Schwester«, forderte er die Nonne mit ernster Miene auf. »Meine beiden Novizinnen wurden heute Morgen am Ipatiev-Haus abgewiesen. Sie wollten der Familie wie immer frische Milch, Brot, ein Dutzend Eier und ein paar Rollen Garn bringen.« »Warum Garn?« Die Nonne erklärte es ihnen. »Die Töchter des Zaren nähen Edelsteine in ihre Kleidung ein, die sie brauchen könnten, falls ihnen die Flucht gelingt. Der Kommandant hat den größten Teil ihres Schmucks beschlagnahmt. Er vermutet, dass sie noch mehr versteckt haben und ist ganz versessen darauf, alle versteckten Wertsachen zu finden.« »Fahren Sie fort, Schwester.« Als Maria und Antonina ankamen, nahm der Kommandant ihnen die Lebensmittel ab, erlaubte ihnen jedoch nicht, die Familie zu besuchen. »Ist das schon einmal vorgekommen?« »Selten. Die Wachen sind immer froh, wenn die Novizinnen kommen, weil sie sich bei jedem Besuch einen Teil der Lebensmittel unter den Nagel reißen. Darum bin ich persönlich hingegangen, um mehr zu erfahren. Der Kommandant weigerte sich, mit mir zu sprechen. Als ich wieder ging, spottete ein Wachmann, »Bald werden wir keine Besuche mehr von ihren Nonnen bekommen.« »Ich habe gehört, dass der Kommandant für heute Nacht beim Zentrallager einen Lastwagen und große Segeltuchrollen angefordert hat,« sagte Markow, »und eine große Menge Schwefelsäure von einer der Gießereien. So eine Säure kann benutzt werden, um Leichen aufzulösen. Vermutlich ist das der einzige Grund, warum die Roten sie angefordert haben.« Frister Agnes wich zurück und bekreuzigte sich. »Denen traue ich jede Grausamkeit zu.« Boyle erhob sich und lief aufgeregt hin und her. »Die Tunnel können wir nicht mehr benutzen, denn sie werden alle stark bewacht. Ich bin für alle Vorschläge offen, auch was die Rettung unseres Mannes aus dem Hotel betrifft.« Andrév zog den gefälschten Brief aus der Tasche. »Würde das helfen?« Boyle las das Schreiben mit gerunzelter Stirn durch. »Wo haben Sie das her?« Andrév erklärte ihm, dass er den Brief selbst geschrieben hatte. »Einen Versuch ist es wert,« sagte Boyle. »Was meinen jedenfalls offiziell aus?« Die Nonne schüttelte den Kopf. »Einige bei der JK mögen Bauern sein, aber sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Ich glaube nicht, dass man sie so einfach hereinlegen kann.« Lydia stand ebenfalls auf und ging auf die in weiße Tücher gehüllten Leichen zu. »Wer sind diese armen Teufel?« »Einige sind eines natürlichen Todes gestorben, andere wurden hingerichtet. Das Holz für Särge wird knapp, und darum müssen wir sie in einfachen Tüchern begraben.« »Sind Sie schon lange tot?« fragte Boyle. »Die meisten seit heute Morgen.« Gedanken verloren, starrte Boyle auf die Leichen. »Ich hasse es, sie zu drängen, doch es ist höchste Eile geboten,« sagte Andrév ungeduldig. Boyle trat ans Fenster und spähte auf den Hof, wo Markhoffs Pferde standen. »Schwester, meinen Sie, Sie könnten eine Uniform der Rotaumisten für mich auftreiben?« »Wir haben hier jede Menge Uniformen von den toten Soldaten.« Der Gedanke, dass endlich Bewegung in die Sache kam, schien Boyle noch nervöser zu machen. »Wir gehen nach demselben Plan vor, den ich schon mit Markhoff besprochen habe, nur dass Andrév und ich gemeinsam in das Hotel eindringen.« »Andrév, Sie treten als J.K.-Polizist auf und vergessen Sie den Brief nicht.« Boyle wandte sich dem Leichenbestatter zu. »Haben Sie ein schnelleres Fortbewegungsmittel als Ihren Pferdewagen?« »Das Kloster verfügt über einen motorisierten Krankenwagen,« warf Schwester Agnes ein, bevor Markhoff antworten konnte. »Die Roten haben ihn noch nicht beschlagnahmt, weil wir ihre Verwundeten immer von der Front abholen.« »Ausgezeichnet,« Boyle zeigte auf den Stadtplan. »Ich möchte, dass Sie hier warten, eine Straße vom Hotel entfernt, sodass wir uns schnell zurückziehen können.« »Und wenn der Trick mit dem Brief nicht funktioniert?«, fragte Lydia. Boyle wies mit dem Kinn auf die Leichen. »Dann enden wir genauso wie dieser armen Teufel. Aber das Glück ist mit den Tüchtigen. Vor drei Monaten habe ich mir mit einer List Zugang zu den Gewölbekellern des Kreml verschafft und die rumänischen Kronjuwelen entwendet. Anschließend bin ich hinausmarschiert, ohne dass ein Schuss abgegeben wurde. Ich hatte nur ein paar Männer und ein Schreiben bei mir, das wie ein offizielles Dokument aussah. Wie heißt es so schön? Es hängt alles vom richtigen Auftritt ab. Es wird Zeit, das Terrain zu erkunden. Los geht's!« Als sie den Raum verließen, ergriff Boyle Andreefs Arm. »Da Jakob ihre Familie als Geiseln genommen hat, ändert sich alles.« »Das verstehen Sie doch, nicht wahr?« »Es tut mir leid, aber jetzt kann ich meinen Teil unserer Abmachung nicht mehr einhalten und Nina und Sergei nicht mehr aus dem Land herausbringen. Wir wissen nicht, welchen Trumpf Jakob noch im Ärmel hat.« Andreef nickte mit finsterer Miene. »In Ordnung. Aber versprechen Sie mir eines. Wenn er auftaucht, gehört er mir.« Hauptbahnhof, Amerika-Hotel, Jekaterinburg. Der Zug fuhr um fünf Minuten nach sechs Uhr abends gegen die Prellböcke und die Druckluftbremsen zischten. Jakob schob ein Fenster auf. Auf den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs in Jekaterinburg herrschte großer Tumult. Zahlreiche Bauern, die Handkarren schoben und offenbar all ihre Habseligkeiten bei sich trugen, drängten sich dort, um in einen Zug zu gelangen. Soba sprang aus dem Wagen auf den Bahnsteig, sprach mit einem Offizier und kehrte nur wenige Augenblicke später zurück. »Er hat gesagt, wir können einen Transportwagen vom Militärdepot anfordern. Wie lange das dauert, steht auf einem anderen Blatt. Die Truppen räumen die Stadt. Es könnte schneller gehen, wenn wir laufen.« Jakob knöpfte seinen Waffenrock zu. »Bleib du hier. Ich suche dieses Depot. Niemand darf den Zug bewegen. Ich habe ihn beschlagnahmt. Und kümmere dich darum, dass für die Männer gesorgt wird. Sie brauchen etwas zu essen und möchten sicherlich baden. In der Nähe des Bahnhofs müssten Hotels sein. Nehmt so viele Zimmer in Beschlag, wie wir brauchen.« »Was ist mit Mina?« »Bleib bei ihr. Es geht ihr gar nicht gut. Der Arzt soll ihr noch etwas Äther geben, damit sie sich beruhigt.« »Äther?« »Dann kann sie wenigstens schlafen. Ich nehme an, sie wird hysterisch, wenn sie richtig begreift, was geschehen ist. Und gib auf den Leichnam des Kindes acht. Sorge dafür, dass ihr mit Respekt behandelt wird,« sagte Jakob und schickte sich zum Gehen. »Darf ich dir eine persönliche Frage stellen, Leonid?« »Welche?« »Ich spüre doch, was dir diese Frau bedeutet. Du liebst sie, nicht wahr?« Jakob gab ihm keine Antwort und seufzte stattdessen. Er war vollkommen erschöpft. »Im Augenblick zählt nur, dass ich am Leben bleibe und meine Tochter nicht zur Vollweise mache.« »Sogar wenn es bedeutet, Andref zu töten nach dem, was Nina dir erzählt hat?« »Habe ich eine andere Wahl?« Soba legte eine Hand auf Jakobs Arm. »Allmählich frage ich mich, ob dieser ganze Krieg überhaupt einen Sinn hat. Kommst du zurecht, Leonid?« »Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß.« Jakob stieg die Stufen zum Amerika-Hotel hinauf und betrat die Bar. Sie war halb leer. Eine Handvoll Cheka-Polizisten in Lederjacken und hohe Funktionäre der Bolschewisten ertränkten inmitten des Zigarettenrauchs ihren Kummer in Alkohol. Er ging auf den nervösen Kellner zu, der ein paar Gläser abtrocknete. »Geben Sie mir einen Wodka. Ach was, besser eine ganze Flasche.« Der Kellner stellte eine Wodka-Flasche und ein Glas auf die Theke. Jakob warf ihm ein paar Münzen hin, öffnete die Flasche und füllte sein Glas bis zum Rand. Er trank es in einem Zug leer, goss nach, starrte ins Leere und bekam feuchte Augen. Leonid Jakob war noch immer schockiert und wütend und er wusste nicht, was er fühlte. Seit drei Tagen hatte er kaum geschlafen und die Erschöpfung zehrte an ihm. Er war wütend auf seine Mutter, weil sie ihm nicht die Wahrheit gesagt hatte. Andererseits konnte er sie auch verstehen. Sie war ein guter Mensch gewesen, aber eine einsame Frau mit einem trostlosen Leben. Hatte sie nicht auch ein wenig Zuneigung verdient? Wenn uns Liebe und Zärtlichkeit geschenkt werden, sollten wir sie immer dankbar annehmen. Jakob trank noch ein Glas. Der hochprozentige Schnaps brannte in seiner Kehle. Allmählich verschwamm ihm vor Müdigkeit alles vor den Augen. Durch den Alkohol wurde es nicht besser. Kein Glas mehr, sagte er sich. Ich brauche einen klaren Verstand. Grässliche Aufgaben warteten auf ihn. Er musste Juri andere finden und vernichten und die Romanovs hinrichten. Diesmal durfte er nicht versagen. Katerinas Leben hing davon ab. Bei dem Gedanken, seiner Tochter könnte etwas zustoßen, zog sich ihm die Kehle zu. »Saufen Sie nicht zu viel, Herr Kommissar!« Jakob drehte sich um. Kazan stand mit selbstgefälliger Miene vor ihm. Er trug seinen Hut mit der breiten Krempe. »Sie sehen aus, als hätten Sie einen Schock erlitten.« »Was geht Sie das an?« »Ich habe von Ihrem Drama gehört.« Kazan nickte dem Kellner zu, der ihm einen Whisky eingoss. »Von wem?« Kazan nahm den Hut ab, legte ihn auf die Theke und strich sich über die Glatze. »Sie sind zwar gerade erst angekommen, aber es kursieren schon überall Gerüchte. Ihre Männer reden unablässig davon, dass dieser Andriff sie wieder zum Narren gehalten hat.« Jakob presste die Lippen aufeinander und versuchte, gegen seine Wut anzukämpfen. Kazans Augen funkelten boshaft. »Ich hoffe für Sie, dass Moskau nichts von Ihrem jüngsten Versagen erfährt. Es würde kein gutes Licht auf Sie werfen, dass Sie immer den Kürzeren ziehen, sobald Sie Andriff gegenüberstehen. Sagen Sie, stimmt es, dass Sie eine Schwäche für Andriffs geschiedene Frau haben? Sie ist sicherlich froh über die Gesellschaft, nachdem der Scheißkerl endlich tot ist.« Jakob verpasste Kazan einen Schlag aufs Kinn. Seine Lippe platzte auf, er taumelte rückwärts, prallte gegen die Theke und stürzte zu Boden. Kazan strich sich über den Mund, sah auf das Blut auf seinen Fingern und grinste. »Sie sollten Ihr Temperament zügeln, Kommissar. Wir brauchen einander mehr denn je. Bilden Sie sich bloß nichts ein, Kazan.« Der Inspektor stand auf. »Mein Gefangener ist der einzige Verschwörer, den wir in Gewahrsam haben und darum, unsere letzte Chance, die anderen zu finden. Er ist nicht Ihr Gefangener, sondern der Gefangene des Staates. Und vergessen Sie nicht, wer das Kommando hier hat. Hat er geredet?« Kazan lächelte gequält. »Bisher hat er nur geschrien. Er ist halsstarrig, aber das wird sich ändern. Ich habe ein paar Tricks auf Lager, die seine Zunge lockern werden.« Jakov trank sein Glas aus und knallte es auf die Theke. »Wo ist er?« »In einer Zelle im Keller.« Markov straffte die Zügel, als der Leichenwagen auf das Amerika-Hotel zufuhr. Im Eingangsbereich herrschte reges Treiben. Tschecha-Polizisten kamen und gingen. Einige trugen gepackte Taschen in der Hand und luden ihr Gepäck auf Handkarren und in Droschken. In der Ferne war ab und zu Artilleriefeuer zu hören. Die tschechoslowakischen Legionen waren nur noch 30 Kilometer von der Stadt entfernt. »Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, solange noch Zeit dazu ist,« sagte Markov. Boyle hatte die Uniform eines Rotarmisten angezogen und die dazu passende Mütze aufgesetzt. Der Waffenrock war am Hals etwas zu eng. Andréf trug wie die Tschecha-Polizisten eine Jacke und Mütze aus Leder. In dem Holster an seinem Ledergürtel steckte ein Nagant-Revolver. »So, noch eine Runde um den Block, damit wir uns überzeugen können, dass Schwester Agnes mit dem Krankenwagen bereitsteht, meine Herren. Dann gehen wir hinein und Andréf. Vergessen Sie nicht, wenn wir unseren Mann nicht herausholen können, töten wir ihn.« Amerika Hotel, Yekaterinburg Jakov folgte Kazan die Treppe hinunter. Sie gingen an den Wachen vorbei und betraten die Zelle. Sorg war mit Gurten an einen Metalltisch gefesselt. Sein Kinn war blau und dick geschwollen, und als er den Blick hob und die Besucher sah, stand ihm die Angst ins Gesicht geschrieben. Kazan musterte ihn verächtlich. »Ich möchte Ihnen Kommissar Jakov aus Moskau vorstellen. Ich hoffe, Sie enttäuschen uns nicht.« Kazan beugte sich zu dem Gefangenen hinunter, sodass dieser die strenge Alkoholfahne des Inspektors roch. Sorg verlor den Mut. Angst stieg in ihm auf. Er rechnete damit, dass Kazan zum Schlag ausholte. Doch stattdessen nahm er ein kleines braunes Fläschchen aus der Tasche seines Mantels und schraubte den Verschluss ab. »Laudanum«, erklärte er Jakov. »Ich glaube, unser Gefangener hat eine Schwäche dafür.« Kazan grinste sorg an. »Nicht wahr?« Markov fuhr den Pferdewagen langsam an den Bordstein heran und schnalzte mit der Zunge. »Rrrr«, rief er. »Stehenbleiben!« Etwa hundert Meter hinter dem Hotel hielt die Droschke an. Beul und Andreef stiegen vom Kutschbock. »Warten Sie her«, sagte Beul zu Markov. »Wenn jemand fragt, sagen Sie, dass Sie Typhusopfer abholen. Dann wird Ihr Interesse schnell nachlassen.« Markov bekreuzigte sich. »Und wenn Sie nicht zurückkehren?« »Leichenbestatter scheinen alle Pessimisten zu sein. Wir kommen zurück. Warten Sie her.« Sorg riss die Augen auf, als er das kleine braune Fläschchen sah. Seine Gier nach dem Laudanum war übermächtig. Kazan nahm den Stopfen von der Flasche und tunkte die Pipette in die rotbraune Flüssigkeit. Als er sie wieder herauszog, hing am Ende der Pipette ein Tropfen Laudanum. Der bittere Geruch der Mixtur aus Opium und Alkohol hing in der Luft. Kazan beugte sich noch weiter vor und hielt den Tropfenzähler über Sorgs Mund. »Sie hätten nichts gegen ein paar Tropfen einzuwenden, nicht wahr? Strecken Sie die Zunge heraus. Sie bekommen jetzt sofort einen Tropfen. Und sobald Sie geredet haben, gibt's mehr.« Sorgs Augen traten hervor. Er presste die Lippen so fest aufeinander, dass es schmerzte. Jede Zelle seines Körpers sehnte sich nach dem Frieden, den die Droge versprach. Doch er zwang sich, dem glänzenden Tropfen, der am Ende der Pipette baumelte, zu widerstehen. Kazan senkte seine Hand noch tiefer, sodass der Köder unmittelbar über Sorgs Lippen hing. »Sie wollen es, nicht wahr? Lecken Sie den Tropfen ab. Genießen Sie das Laudanum.« Sorg fühlte sich, als würde jeden Moment sein Herz in seiner Brust explodieren. Sein Gesicht färbte sich rot und er atmete flach. »Was ist los?« fragte Kazan spöttisch. »Würde Ihnen dieses kleine Vergnügen nicht gefallen, um den Schmerz zu lindern?« Sorg presste seinen geschwollenen Kiefer mit aller Macht zusammen. Kazan wurde wütend. »Ich habe gesagt, Sie sollen den Tropfen ablecken.« Sorg zitterte am ganzen Körper, als er gegen die Versuchung ankämpfte. »Hatten Sie nicht versprochen, dass er reden würde? Für diese dummen Spielchen haben wir keine Zeit,« stieß Jakob aufgebracht aus. Kazan schraubte erbost den Verschluss auf die Flasche und knallte sie auf den Tisch. »Der wird schon singen, keine Sorge!« Er nahm ein dreckiges Handtuch und drehte es zu einer Rolle zusammen, die er dem röchelnden Sorg in den Mund stopfte. »Beißen Sie darauf, damit Sie sich nicht die Zunge abbeißen!« Sorg riss von Panik erfasst die Augen weit auf. Kazan hob zwei isolierte schwarze Drähte auf, die sich bis zu einer Steckdose über den Boden schlängelten. »Mit Elektrizität kann man einen Raum erhellen. Ich bevorzuge die andere Verwendung, die schmerzvolle Art, die die Zunge eines Mannes lockern kann,« sagte Kazan zu Jakob und wandte sich wieder Sorg zu. »Widerstand ist zwecklos. Ich will die Namen Ihrer Mitverschwörer, ich will jedes Detail Ihres dummen Plans wissen.« Er riss Sorgs Hemd auf und entblößte seine Brust. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, steckte er die beiden Drähte zusammen, sodass ein blauer Funke sprühte, und drückte sie auf Sorgs nackte Brust. Sorgs Körper begann heftig zu zucken, während er fest auf das Handtuch biss. Kazan nahm die Drähte weg, worauf Sorgs Körper sich entspannte, doch nur einen winzigen Augenblick lang. Mit einem sadistischen Grinsen drückte Kazan die Drähte wieder auf Sorgs Brust. Er bäumte sich auf wie eine wildzappelnde Marionette und schrie in den Knebel hinein. »Nun beginnen die richtigen Schmerzen,« frohlockte Kazan. »Als nächstes sind seine Geschlechtsteile dran.« »Es reicht,« sagte Jakob in scharfem Ton. Kazan hörte ihm gar nicht zu. In seinem Gesicht spiegelte sich die perverse Freude, als er die Drähte aus der Hand legte und sich anschickte, Sorgs Hose zu öffnen. Jakob lief auf die Wand zu und riss die Drähte aus der Steckdose. »Was soll das?« fragte Kazan verärgert. »Es reicht. Raus hier.« Kazan stieg Zornesröte ins Gesicht. »Dieser Mann ist mein Gefangener. Ich bestehe darauf.« Jakob riss den Knebel aus Sorgs Mund, zog seinen Revolver aus dem Holster und spannte den Hahn. »Bestehen Sie, worauf Sie wollen. Raus jetzt. Ich übernehme.« Gefolgt von Andreev ging Boyle auf die Eingangstreppe zu. »Ich überlasse Ihnen das Reden.« Vier mit Gewehren bewaffnete Soldaten bewachten die Tür. Rechterhand war hinter Sandsäcken ein Maschinengewehr aufgebaut, hinter dem zwei Soldaten saßen. »Halt!« rief eine der Wachen. »Was wollen Sie hier?« Andreev zeigte ihm den Brief. »Kommissar Kuris aus Moskau.« »Wir brauchen ein Zimmer für die Nacht.« Sie hörten Artilleriefeuer in der Ferne. Doch es schien die Wachen nicht zu beunruhigen. »Der Feind kommt näher«, sagte Andreev. »Ehe die Nacht zu Ende ist, wird er vor den Toren der Stadt stehen, Kommissar.« Der Wachposten winkte sie durch. Boyle folgte Andreev in das große Foyer, in dem sich zahlreiche Soldaten aufhielten. Eine breite Treppe mit Grünpflanzen auf beiden Seiten führte in den ersten Stock hinauf. Über ihnen funkelte ein riesiger Kronleuchter. In alle Richtungen führten Gänge, auf denen die Zimmer lagen. In dem luxuriösen Hotel herrschte hektisches Treiben. »Und jetzt?« flüsterte Andreev. »Unser Mann kann überall sein.« »Wir gehen in die Bar«, erwiderte Boyle optimistisch. »Mal sehen, ob wir dort ein paar Informationen bekommen.« »Für wen arbeiten Sie?«, fragte Jakob. »Schweigen.« Jakob hob seinen Nagant-Revolver und drückte den Lauf auf Sorgs Kopf. »Ein letztes Mal. Ich will die Namen Ihrer Mitverschwörer. Sagen Sie mir die Namen und ich lasse sie frei.« Sorg blieb standhaft. Jakob drückte langsam mit dem Finger auf den Abzug. Sorg erstarrte und schloss die Augen. Er bereitete sich auf den tödlichen Schuss vor. »Letzte Chance«, sagte Jakob. Sorg atmete tief aus. Jakob drückte ab. Ein metallisches Klicken war zu hören. Sorg riss die Augen auf. Als Jakob die Ladeklappe des Revolvers öffnete, sah man die leeren Kammern. »Sie sind entweder ein sehr mutiger oder ein sehr dummer Mann.« Er nahm eine Handvoll Patronen aus der Tasche und lud damit die Waffe. »Was auch immer Sie verheimlichen. Sie werden es mir nicht verraten, das steht fest. Aber Sie und Ihre Freunde können nicht gewinnen. Das Schicksal der Familie ist besiegelt. Nach Mitternacht sind Sie alle tot. Sie können Sie nicht retten.« Jakob steckte den Nagant-Revolver in das Holster. »Können Sie gehen?« Sorg musterte den Kommissar schweigend. »Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Können Sie gehen. Versuchen Sie es.« Jakob schnallte die Gurte auf. Sorg richtete sich stöhnend auf. Er sah aus, als würde er gleich kollabieren, doch mit größter Anstrengung gelang es ihm, sich auf den Rand des Metalltisches zu setzen. Vorsichtig stellte er die Füße auf den Boden und ging mit wackeligen Beinen ein paar Schritte. Jakob stützte ihn. »Glauben Sie, Sie bringen genug Kraft auf, um das Hotel zu verlassen, wenn ich Sie laufen lasse?« Sorg starrte Jakob an, als wäre er von allen guten Geistern verlassen. »Sie haben einen sonderbaren Sinn für Humor,« sagte er und strich über seinen geschwollenen Kiefer. »Beantworten Sie meine Frage. Schaffen Sie es, das Hotel zu verlassen?« »Ich glaube schon.« »Am Ende des Ganges ist hinter den Wachposten eine Ausgangstür. Gehen Sie da hinaus.« Sorgs Miene verdunkelte sich. »Ich verstehe nicht.« »Das müssen Sie auch nicht. Gehen Sie einfach durch die Tür und dann immer weiter. Ich kümmere mich um die Wachen. Ich verspreche Ihnen, dass Ihnen niemand folgt. Sie haben mein Ehrenwort.« »Sie wollen mich austricksen, nicht wahr?« fragte Sorg. »Nein, keine Tricks. Gehen Sie jetzt. Heute gibt es keine Sperrstunde. Seien Sie vorsichtig. Der Feind ist nahe. Die Truppen räumen die Stadt. Es herrscht großer Aufruhr.« Sorg spähte auf die Laudanumflasche auf den Tisch. Als Jakob seinen Blick bemerkte, nahm er die Flasche in die Hand und sagte, »Möchten Sie die Flasche mitnehmen?« »Hier, nehmen Sie.« Er warf Sorg die Flasche zu. »Das ist verrückt. Kazan jagt mich wie einen Hund und Sie lassen mich laufen? Warum?« Jakob drückte ihm einen Briefumschlag in die Hand. »Zu Ihren Mitverschwörern gehört ein gewisser Andriff. Geben Sie ihm das.« »Was ist das?« »Eine Mitteilung von mir und eine Wegbeschreibung zu einem abgelegenen Getreidespeicher etwa einen Kilometer nördlich vom Ipatiev-Haus. Ich habe eine kleine Skizze beigelegt. Sagen Sie ihm, dass ich dort um elf Uhr heute Abend auf ihn warte. Er soll alleine kommen. Betonen Sie das. Ich komme auch allein. Sagen Sie ihm, Ninas Leben hängt davon ab.« »Nina?« »Er weiß dann schon Bescheid. Können Sie sich das alles merken?« Sorg nickte und sah Jakob fassungslos an. »Gehen Sie, ehe Kazan zurückkehrt und ich meine Meinung ändere.« Jakobs Zug fuhr ratternd durch die Nacht. Der Wagen schaukelte von einer Seite auf die andere, während Jakob versuchte, sich ein Glas Wodka einzugießen. Er steckte den Korken wieder in die Flasche und starrte auf sein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Seine Augen lagen in dunklen Höhlen und er sah furchtbar abgespannt aus. Er konnte sich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten. Kochend vor Wut hob Jakob das Glas, um einen Schluck zu trinken. Doch als es seine Lippen berührte, änderte er seine Meinung und schmetterte es an die Wand. Es zerbrach. In diesem Augenblick klopfte Soba an die Tür und trat ein. »Du siehst nicht glücklich aus«, sagte er. »Kein Wunder, oder? Er ist uns abermals entwischt. Diesmal wird Lenin keine Gnade walten lassen.« »Wir können diese Sache noch immer zu Ende bringen, Leonid. Hast du das Telegramm verschickt?« Jakob nickte und rieb sich die Augen. »Jeder Stationsvorsteher von hier bis Jekaterinburg weiß, dass die Strecke frei sein muss oder er Gefahr läuft, erschossen zu werden. Wenn wir Glück haben, sind wir heute Nachmittag am Ziel. Sieh mal nach unseren Gefangenen und überzeug dich davon, dass alles in Ordnung ist.« Soba blieb an der Tür stehen und musterte Jakob, der vollkommen erschöpft war. »Darf ich dir einen gut gemeinten Rat geben? Du hast seit zwei Tagen kaum geschlafen. Leg dich hin, sonst brichst du zusammen.« Als Soba die Tür des Waggons hinter sich schloss, knöpfte Jakob auf dem Weg in das Schlafabteil seinen Waffenrock auf. Ihm fielen vor Müdigkeit fast die Augen zu. Er betrat den kleinen Raum mit dem Feldbett, dann hörte er das leise Klicken einer Waffe, die gespannt wurde. Sein Herzschlag setzte aus. »Keine Bewegung und keinen Ton, Leonid.« Andreef trat mit der Waffe in der Hand hinter der Tür hervor. »Nimm ihm die Pistole ab und fessele ihn.« Die Frau tauchte auf und zog die Waffe aus Jakobs Holster. Dann fesselte sie ihm die Hände mit einem Ledergürtel im Rücken und stieß ihn auf den Stuhl neben dem Bett. Andreef band ihn mit dem Betttuch am Stuhl fest. »Du bist ein toter Mann,« stieß Jakob aufgebracht aus. »Das muss dir doch klar sein, oder?« »Irgendwann erwischt es uns alle. Aber ein bisschen Dankbarkeit wäre schon angebracht und nun bedenkt, dass ich dich nicht sofort töte.« »Wie du Mersk getötet hast?« »Er hat es verdient. Mersk hat Stanislav kaltblütig ermordet. Er hat dafür bezahlt.« »Warum glaube ich dir das nicht?« »Weil das immer dein Problem war, Leonid. Du glaubst nur das, was du glauben willst.« »Ich weiß, was du vorhast, aber es wird nicht funktionieren. Du hast nicht die geringste Chance.« Andreef runzelte die Stirn. »Unterschätze mich nicht.« »Wo sind Nina und Sergej?« »In Sicherheit. Es geht ihnen gut. Ob es so bleibt, hängt von dir ab.« Die Wut luderte in Andreef auf, und seine Miene verdunkelte sich. »Ach ja? Wenn du ihnen auch nur ein Haar krümmst, reiße ich dir mit bloßen Händen das Herz aus der Brust. Nicht ich gebe die Befehle, sondern lehn ihn. Und du befolgst sie blind, sogar wenn es bedeutet, Frau der Junge schwer, und seine Mutter sah ungeheuer besorgt aus.« Als der Arzt seine Untersuchung abgeschlossen hatte, sprach er kurz mit Nina und trat dann auf den Gang. Die junge Frau blieb zurück und wiegte ihr Kind in den Armen. Soba legte eine Hand auf den Arm des Arztes, als er die Tür zuschob. »Keine Veränderungen?« Der Arzt war ein spindeldürrer, nervöser Mann, der ständig blinzelte. Er steckte das Stethoskop in die Tasche und führte Soba den Gang hinunter. »Ich rechne mit dem Schlimmsten. Der Junge hat hohes Fieber, seine Lungen sind verstopft. Wenn Sie mich fragen, ist es Tuberkulose. Ich bin sicher, er leidet schon eine Weile daran.« »Können wir irgendetwas tun?« »Eine Reise in ein schönes Schweizer Sanatorium würde ihm helfen.« »Sehr geistreich.« »Es wäre wirklich nicht schlecht. Auf jeden Fall muss der Junge in ein Krankenhaus.« Der Arzt zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche, zündete eine an und blies den Rauch aus. »Ich sage Jakob immer wieder, dass ich meinen rechten Arm hergeben würde, um dieses Land zu verlassen. Hier gibt es nichts außer Krankheiten und Hoffnungslosigkeit.« Soba reckte den Hals und warf einen Blick in das Abteil. Nina saß neben der Petroleumlampe und tupfte die Stirn ihres Sohnes mit einem Tuch ab. Der Arzt folgte Sobas Blick und schüttelte dann den Kopf. »Es ist ein Jammer, nicht wahr? Wie lange dauert es noch, bis wir Jekaterinburg erreichen?« »Warum?« »Wenn sich die Fahrt verzögert, fürchte ich um das Leben des Kindes.« »Zwischen Moskau und Jekaterin und Kindern Leid zuzufügen?« »Ich würde Nina und Sergej niemals absichtlich wehtun. Warum fällt es mir plötzlich schwer, dir das zu glauben?« Mit zusammengekniffenem Mund überprüfte Andréf den Streckenplan der transsibirischen Eisenbahn. »Das ist wirklich eine tolle Maschine, die du da hast. Aber bei so einem Teufelsding kann immer mal etwas schief gehen, nicht wahr?« »Was führst du im Schilde?«, fragte Jakob grimmig. »Du spielst mit dem Feuer. Der ganze Zug ist voller Soldaten.« Andréf steckte den Plan in seine Tasche. »Das wirst du gleich erfahren.« »Ich komme wieder. Wir beide sind noch nicht fertig miteinander.« Er öffnete die Tür auf der anderen Seite der Schlafkabine. Das ohrenbetäubende Rattern der Metallräder hallte durch das Abteil. Dahinter war der Kohlenwagen. Weißer Rauch schwebte über der Lokomotive. Der Geruch und die Hitze von brennender Kohle lagen in der Luft. Andréf ging auf den angrenzenden Wagen zu. »Wenn er versucht zu fliehen, erschieß ihn,« befahl er Lydia und wandte sich dann Jakob zu. »Sie ist eine ausgezeichnete Schützin. Tu dir selbst einen Gefallen und benimm dich, Leonid.« Sieben Wagen weiter stand Sober vor einem Abteil. Zwei Wachen traten zur Seite, um ihn nicht zu stören. Er spähte durch das Fenster in das Innere und sah, dass eine Petroleumlampe brannte. Nina saß auf dem unteren Bett neben dem Fenster und hielt ihren Sohn auf dem Arm, während der Arzt Sergeys Brust mit einem Stethoskop untersuchte. Immer wieder hustete der Rienburg. Andréf kletterte über den Kohlenwagen auf die Lokomotive und bemühte sich, dem heißen Rauch über seinem Kopf auszuweichen. Der Lokführer und sein junger Heizer wandten ihm den Rücken zu und schaufelten eifrig Kohlen in das Feuerloch. »Machen Sie die Klappe zu, meine Herren, und lassen Sie die Schaufeln fallen,« sagte Andréf mit lauter Stimme, um den Lärm zu übertönen, als er in den Führerstand kletterte. »Sonst könnte es passieren, dass ich Ihnen eine Kugel verpasse.« Als die Männer die Waffe in Andréfs Hand sahen, schraken sie zusammen. Sie schlossen die Klappe mit den Schaufeln und warfen sie in die Blechwanne auf den Boden. »Gut, seien Sie vernünftig, und wir werden diese Sache alle überleben.« Andréf wies mit der Waffe auf eine Reihe von Kesseldruckanzeigen und Ventilen. »Zuerst zeigen Sie mir, wie dieses Ding funktioniert, und dann machen Sie genau das, was ich sage.« Jakob, der in seinem Schlafabteil auf dem Stuhl saß, starrte Lydia mit hochroten Wangen an. Er sah aus, als würde er gleich einen Anfall bekommen. »Wer sind Sie?«, fragte er Lydia. »Warum sollte ich das ausgerechnet Ihnen sagen?« »Hören Sie zu. Das alles wird nur dazu führen, dass Sie am Ende beide tot sind. Warum retten Sie nicht Ihre eigene Haut? Sie haben mein Wort, dass Sie verschont werden.« »Wenn Ihnen Ihre Kniescheiben lieb sind, sollten Sie besser den Mund halten.« Die Tür neben dem Kohlenwagen ging auf, und Andréf kehrte zurück. In sein